Hallo ihr Brettkarten und Tabletop-Spieler, mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Herrn der Spiele und natürlich wisst ihr, ich bin ein ganz ganz großer Fan hier von Dogfighters, The Ale Wars, dem Luftkampf-Dogfight-System hier von 3D Art Lab, Markus Geiger, Bernhard Kleber, ihr seht, das wird bei uns hoch und runter gespielt, ich habe hier Markierungen ohne Ende im Regelwerk, habe hier meine Staffeln integriert in diesem super genialen Staffel-Regelwerk-Book, super hochwertig gemacht und ich habe das Spiel jetzt auch schon sehr sehr lange und intensiv gespielt mit meinem Dauerpartner Frank, auch wenn ich böse auf die Mütze kriege, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, macht es immer wieder Spaß, die Langzeitmotivation ist gegeben, denn die Langzeitmotivation kommt durch die Kampagne bei Dogfighters, The Ale Wars, ich bin ja sowieso ein Kampagnen-Typ, bin nicht so der Typ für One-Shots, ihr habt in meinem Preview gesehen, wie Dogfighters funktioniert, ich verlinke euch das Ganze auf jeden Fall da oben nochmal, ich werde jetzt nicht so genau auf den Spielablauf eines einzelnen taktischen Spiels eingehen, ich möchte heute mal über die Kampagne reden, also wie funktioniert das eigentlich, wie steigen wir ein, wie verläuft das, wie profitieren wir über die Zeit im Laufe einer Kampagne durch das Spielen der einzelnen Szenarien, was machen wir mit der Währung, die wir bekommen, Ruhmpunkten während der Kampagne, natürlich wir kaufen irgendwann das, schaltet etwas frei, all das ist es heute, worüber ich sprechen möchte, also ein Video mit Sicherheit für Dogfighters, Veteranen oder alle die, die es werden wollen und am Ende möchte ich dann nochmal ein Fazit geben darüber, wie mir die Kampagne gefällt, warum sie mich so lange unterhält und unterhält sie denn überhaupt so lange und gibt es überhaupt Probleme oder ist alles nur gut und Friede, Freude, Eierkuchen bleibt auf jeden Fall dran, ich stelle euch jetzt kurz vor, wie es funktioniert und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. Wir sprechen jetzt über den Ablauf einer Kampagne von Dogfighters, The Ale Wars, das findet ihr auf Seite 85, die Kampagnenregeln für ein freies Spiel und wenn ihr eine Kampagne beginnt, dann bekommt ihr erstmal ein solches Staffelsheet. Lasst euch jetzt bitte nicht daran ablenken, dass diese zwei Sheets hier ausgefüllt sind, ich habe sie auch laminiert, damit man das Ganze abwischen kann und nicht mit einem Bleistift da dran rumkratzt, das sind jetzt Franks und meine Staffel, lasst euch nicht davon abhalten, ihr seht, meine wurde komplett zerschossen, Franks nicht, darüber können wir auch mal reden, aber am besten über ein anderes Mal. Diese zwei Sheets bekommt ihr und ihr bekommt zu Beginn der Kampagne zwei Standardjäger, das sind jetzt die Standardjäger, die Pfeile der Sachsen und ihr bekommt vier grüne Piloten, grüne Piloten sind Anfängerpiloten, unerfahrene Piloten, wir sprechen gleich nochmal über die Implikationen von den Erfahrungsstufen. Also, die Piloten würdet ihr hier reinschreiben, ich habe alle Piloten verloren, deshalb sind die hier schon weggewischt und ihr bekommt eben zwei von den Standardjägern, Falken bei den Bayern oder Pfeile bei den Sachsen und dann sind wir auch schon hier fertig an der Stelle und dann würden wir mit einer Mission starten. So, das ist hier das Missionsbuch, seht ihr, und da habt ihr hier einen Überblick über die verschiedenen Missionen, was ist das denn jetzt? Zu Beginn eines Treffens werden beide Spieler hier einen sechsseitigen Würfel würfeln, so, und der Spieler, der höher gewürfelt hat, also hier der Spieler mit der 5, der bekommt diesen wunderschönen Initiativemarker. Und das war dann auch schon Schritt 1, der Vorbereitungsschritt 2 ist sehr entscheidend, denn dann darf der Spieler, der die Initiative gewonnen hat, eine Mission auswählen. Und die Mission, habt ihr hier einen Überblick über die verschiedenen Missionen, was ist das denn jetzt? Zu Beginn eines Treffens werden beide Spieler hier einen sechsseitigen Würfel würfeln, so, und der Spieler, der höher gewürfelt hat, also hier der Spieler mit der 5, der bekommt diesen wunderschönen Initiativemarker. Und das war dann auch schon Schritt 1, der Vorbereitungsschritt 2 ist sehr entscheidend, denn dann darf der Spieler, der die Initiative gewonnen hat, eine Mission auswählen. Und die Missionen sehen im Prinzip alle so aus, sie haben einen Titel, sie haben einen Missionswert, sie haben Kosten und einen Gewinn, und natürlich hier die besonderen Ziele und die Aufstellung. Insgesamt dürfen beide Spieler für den Missionswert die 5 nicht überschreiten. Das heißt, wenn der Erste, ich zeige euch das gleich mal, eine Mission mit 5 auswählt, dann muss der andere mitspielen und darf keine eigene auswählen. Das sind die Kosten, die bezahlt werden müssen, wie man zu Ruhm kommt, das sage ich euch gleich, und das ist der Ruhmgewinn, wenn ich die Mission erfolgreich abschließe. Ihr seht, es gibt verschiedene Missionen, die verschiedene Ziele haben, und da seht ihr, wird der Missionswert ein höherer und die Ruhm kosten ebenfalls, aber ich kann auch mehr gewinnen. Und normalerweise ist es so, dass jeder Spieler seine eigene Mission auswählt, es sei denn, dass der Spieler mit der Initiative eine ganz, ganz teure Mission ausgewählt hat, wie zum Beispiel den Flugfeldbesuch. Der hat nämlich schon einen Missionswert von 5, ja, und bei 5 bleibt halt nichts mehr übrig für den zweiten Spieler, der müsste dann mitspielen und wäre dann hier der, der den Flugplatz verteidigen muss. Aber wie gesagt, normalerweise spielt jeder seine Mission, und das finde ich ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz von Dogfighters, denn wir fliegen nicht einfach in die Mitte der Map und schießen uns ab, sondern jeder versucht primär seine Mission zu erfüllen und sekundär den anderen zu behindern. Also ein schöner Aspekt. Wenn der Startspieler oder der mit der Initiative jetzt seine Mission gewählt hat, kommt der zweite Spieler, es sei denn, ich habe es eben gesagt, der Missionswert ist schon voll. Und dann wird die Streitkraft bestimmt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also das hier wäre eine katastrophale Situation, in meiner Realität ist es diese. Jeder schaut jetzt, wen er ins Feld führen möchte. Dafür wird er hier die Anzahl seiner Flugzeuge reinschreiben, in dem Fall würde jetzt zum Beispiel der Bayer mit diesen drei Flugzeugen kommen, ich müsste dann hier mir eine 2 reinschreiben, oder was ich eben noch ins Feld führen kann und will. Und dann kommen wir zu den Piloten-EP, das ist der zweite wichtige Punkt bei der Planung. Was sind denn jetzt Piloten-EP? Ich habe jetzt extra mal hier diese Seite aufgeschlagen. Ihr seht, jedes Flugzeug ist immer auf der rechten Seite und es wird besetzt von einem Piloten. Und ihr seht, der Pilot hat vier verschiedene Erfahrungsstufen, von grün bis rot, und je mehr er fliegt, zu Beginn jeder Mission darf ich hier ein Kreuz machen, desto erfahrener wird er. Also bei der dritten Teilnahme an einer Mission ist er bereits erfahren. Wir starten, ich habe es eben gesagt, grün, und wenn wir dann dreimal mitgeflogen sind, dann sind wir blau. So, der Vorteil, ich habe das in meinem Review bereits angesprochen, ist, dass erfahrenere Piloten länger warten können bei der Bewegung, also auf die Bewegung der Schwächeren reagieren können, aber zeitgleich früher schießen in der Kampfphase. Also ein immenser Vorteil und eine der Besonderheiten von Dogfighters. Ihr seht, es gibt dann noch eine gelbe und eine rote Stufe, das hier sind die Veteranen, dafür muss ich nicht nur fünfmal mitfliegen, sondern muss auch einen Abschluss haben. Und bei hier der roten Stufe, bei dem Ass, haben wir hier auch im Fall von Franks Kobold, muss ich fünf Siege eingepackt haben, seht ihr hier. Genau, und der Wert, der steht dann wieder hier drin und das ist dann auch schon der zweite Schritt der Planung. Der letzte Schritt ist der Flugzeug wert, denn ihr seht das, die Flugzeuge, das sind jetzt diese Standardjäger, die haben andere Kaufkosten als fortgeschrittene Jäger oder vielleicht sogar Jagdbomber bzw. Luftschiffe. Hier seht ihr den Preis, ein Pfeil zum Beispiel, ein Standardjäger kostet nur eins, während der Advanced Warfighter zwei kostet oder ein Jagdbomber sogar drei kostet. Es gibt noch andere Flugzeuge, das wird dann am Ende immer teurer und der Wert wird zusammengerechnet. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Element. Jetzt, wenn wir das gemacht haben, bestimmen wir im fünften Schritt die überlegene bzw. unterlegene Staffel. Und das ist den Kern der Catch-Up-Mechanismus, der hier bei Dogfighters eingebaut ist. Nämlich wir vergleichen jeweils diese Werte, die Flugzeuge der beiden Gegner, die Erfahrungspunkte der Piloten und den Flugzeugwert. Und die unterlegene Staffel bekommt pro Vergleich zwei Ruhmpunkte. Zwei. Habe ich sogar in allen drei Aspekten den kürzeren gezogen, bekomme ich sieben Ruhmpunkte. Die Ruhmpunkte schreibe ich mir immer hier vorne hin und die Ruhmpunkte sind das, was ja am Ende die Kampagne ausmacht, mit der ich mir dann, das ist die Währung am Spiel, stärkere Flugzeuge oder neue Flugzeuge oder vielleicht sogar ein Flugschiff kaufe, neue Piloten kaufe oder indem ich mir hier externe Waffen kaufe. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Waffen für meine Flugzeuge oder für die Luftschiffe. Also ein ganz wichtiger Aspekt dieser Catch-Up-Mechanismus, damit ich im Spiel bleibe und mich aufrüsten kann. So, der Verlierer der Initiative baut dann seine Mission auf. Ihr habt es eben gesehen, das ist ganz, ganz klar geregelt, was dann hier mit den Missionen passiert. Das wird dann nicht der Verlierer sein, das wird hier eine der vorderen Missionen sein. Dann baut der Gewinner seine Mission auf. Das würde jetzt wirklich zu weit führen. Das steht hier drin, wie das gemacht wird. Dann werden die Flugzeuge bewaffnet. Jetzt springe ich an der Stelle mal wieder zurück. Das ist aber gut gemacht mit diesem Buch, muss ich wirklich sagen. Was hat das mit der Bewaffnung auf sich? Ihr wisst, das hier sind die Waffen, die er mitführt. In dem Fall vom Keiler, schwere Maschinengewehre und Kanonen. Aber er hat ja hier externe Waffen und das sind genau die hier gekauften. Habe ich sie einmal gekauft, darf ich sie ausrüsten. Zum Beispiel Schwarmraketen oder ein Schwertwall oder was weiß ich. In dem Fall markiere ich das hier. Ich habe jetzt mal willkürlich Kreuze gemacht. Wichtig übrigens ist, je mehr externe Waffen ich mitnehme, desto mehr wirkt sich das auf die Agilität meines Flugzeugs aus. Also der wird dann einen niedrigeren Agilitätswert haben. Genau. Und dann kommen wir nochmal zu den Wetterbedingungen. Einer meiner absoluten Lieblingsaspekte. Gucke ich mal gerade hier vorne rein. Beziehungsweise nein, ich habe es hier auf einem Nebensheet. Ihr seht, es gibt hier verschiedene Wettereffekte, nämlich bewölkt, Regen und Gewitter. Die Wettereffekte werden durch diese Acrylwolken dargestellt. Und die Wolken dienen erster Linie mal der Deckung, also des Covers, dass man da rumfliegen kann, sich verstecken kann. Aber im schlimmsten Fall bei einem Gewitter kann es dann sogar auch zu Schäden kommen, sodass man mal in einem Gewitter beschädigt wird. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann wird eben ein Szenario gespielt. Und dann kommen wir zu den ganz normalen Regeln, die ich in meinem Review vorgestellt habe. Denn, und dann werden wir eben eine ganz normale Runde spielen. Und jetzt gehe ich nochmal kurz auf die Piloten ein, weil das so wichtig ist. Denn, unabhängig davon, wer jetzt die Initiative hat, müssen sich die grünen Piloten immer zuerst bewegen. Sie müssen sich zuerst bewegen. Und dann geht das Ganze aufsteigend mit den erfahrenen blauen Piloten, den Veteranen in gelb und dann am Ende den Assen in rot. Und ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Ihr werdet euch immer besser und günstiger platzieren, wenn ihr erfahrene Piloten habt, unabhängig vom Flugzeug, weil ihr ja beobachten könnt, was die Anfängerpiloten machen. Und dann kommt der Kampf. Und da geht es genau andersrum. Da fangen die roten Asse an zu schießen, gefolgt von den Veteranen, den erfahrenen blauen und dann erst den Anfängerpiloten. Heißt auch, dass ein niedrigstufiger Pilot, der abgeschossen wird von einem erfahreneren Pilot, gar nicht mehr an die Reihe kommt. So ist das Spiel konzipiert. So funktioniert das. So macht das natürlich auch Sinn. So, und am Ende eines Spiels werden dann nicht nur die Siegpunkte für die Missionen verteilt, beziehungsweise die Ruhmpunkte, sondern, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, es gibt auch Ruhmpunkte für Abschüsse. Das findet ihr ganz vorne. Ihr seht das. Ein Flugzeug, das abgeschossen wird, gibt uns einen Ruhmpunkt, wenn er grün ist. Wenn es ein blauer Pilot ist, bekomme ich dafür zwei Ruhmpunkte. Wenn ich einen Veteranen drin habe, drei und so weiter und so fort. Ein Luftschiff abzuschießen ist natürlich immer besser. Also, wenn ich dann andere abschieße, bekomme ich zusätzlich zur Mission auch noch Ruhmpunkte. Ja, und nach den Missionen kehre ich eben in meinen Hangar zurück. Beschädigte Flugzeuge, also gelbbeschädigte, kritisch beschädigte, müssen eine Runde aussetzen, kommen in die Werkstatt. Und hier kommt dann das, was ich euch vorher gesagt habe. Jetzt kann ich neue Flugzeuge und Waffen kaufen oder eben verletzte Piloten oder verstorbene Piloten ersetzen beziehungsweise ausgestiegene Piloten kann ich versuchen freizukaufen. Und das ist nochmal ein letzter Aspekt, bevor wir dann zur Auswertung beziehungsweise zum Fazit kommen. Es gibt Pilotenprüfungen, wenn ich abgeschossen werde, wenn also mein Flugzeug abgeschossen wird, dann dürfen die Piloten versuchen, einen sicheren Ausstieg zu schaffen. Und auch hier seht ihr, Asse haben es deutlich leichter als weniger erfahrene Piloten. Und ich glaube, das reicht an der Stelle, um mal ein Fazit zu treffen. Mir macht Dogfighters The Airwars unglaublich viel Spaß, also wirklich enormen Spaß. Ich treffe mich mit Frank, wann immer es möglich ist. Also der begrenzende Faktor ist hier an der Stelle wirklich Frank. Und ich finde an Dogfighters einfach so genial, diese dreidimensionalen, authentischen Luftkämpfe, die wirklich dieses Gefühl von Dogfight einfach einfangen, dass wir uns tailen, dass wir untereinander durchtauchen, aneinander vorbeischießen. Also das macht Dogfighters wie kein anderes. Natürlich hier über diese magnetischen Abstandshalter und die Varianz mit den verschiedenen Motorkräften. Ich finde auch die asymmetrischen Missionen, ich habe es euch eben kurz vorgestellt, sehr, sehr gut. Also nicht, dass wir immer das Gleiche spielen. Auch mit dem Missionswert von 5, das gefällt mir extrem gut. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, das habt ihr ja auch in den One-Shots. Ihr könnt euch ja auch einfach einmal treffen, einen One-Shot spielen und einpacken und fertig ist. Wir wollen aber heute ja eigentlich über die Kampagne reden. Und da gibt es natürlich einige Besonderheiten. Denn in der Kampagne sammeln wir Ruhmpunkte. Das ist alles. Ich habe euch eben gesagt, wie wir das machen. Durch das Abschießen von Flugzeugen, durch das Erledigen von Missionszielen sammeln wir Ruhmpunkte. Und Ruhmpunkte sind unsere Währung. Und mit denen kaufen wir in erster Linie stärkere Flugzeuge und Ausrüstung, also Waffen. Und das ist so befriedigend. Das macht so Spaß, wenn man sieht, wie die Staffel nach und nach wächst. Wenn man also mit Standardjägern anfängt über die Advanced, dann Jagdbomber, große Bomber, Luftschiffe, ganz, ganz toll. Und die Ausrüstung, also das macht so viel Spaß, dann die Flugzeuge auszurüsten. Allerdings, und da kommen wir gleich nochmal dazu, kommt natürlich mit der ganzen Ausrüstung vielleicht auch das ein oder andere Balancing-Problem mit. Aber erst mal absolut positiv zu bewerten. Zum Zweiten levelt ihr eure Piloten automatisch, dadurch, dass sie mitfliegen, dass sie Abschüsse machen. Wunderbar. Und ich habe euch eben gezeigt, wie wichtig aufgelevelte Piloten sind für das abwartende Bewegen und das spätere, frühere Schießen. Also gerade die Kombination aus aufgelevelten Piloten und starken Flugzeugen ist ein Game Changer, ist ein Killer. Ihr habt anspruchsvollere Missionen, die ihr freischalten könnt. Und wie gesagt, diese drei Aspekte sind eben das, was die Kampagne ausmacht, was die Kampagne abhebt von diesen einfachen, normalen One-Shots, die Spaß machen. Aber ihr wisst es, ich bin sowieso ein Kampagnen-Spieler und unabhängig davon, wie es läuft, ich finde die Kampagne großartig. Und jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den es eben in so einem Single-Szenario nicht gibt. Wenn der eine Ruhmpunkte sammelt und dann noch Piloten besser werden, dann stellt sich natürlich jeder die Frage, wie funktioniert denn der Catch-Up? Also gibt es da überhaupt einen Catch-Up? Und ja, das kann ich schon mal sagen, es gibt einen Catch-Up. Und den habe ich euch auch eben vorgestellt. Denn es gibt ja vor jedem Spiel dieser Check von überlegene, unterlegene Staffel. Und da kann man bis zu sieben Ruhmpunkte einfach abstauben, ohne dass man was macht. Wenn man wirklich im Hintertreffen ist, ich habe das mehrfach gemerkt, dann kriegt man in der Regel zwei, vier oder vielleicht sogar mal sieben Ruhmpunkte. Und damit ist man, und das ist richtig, auch nie ganz aus dem Spiel. Weil ihr könnt euch ja immer damit wieder ein paar Standardjäger kaufen. Und ihr könnt euch auch was Größeres kaufen. Das geht. Also ihr seid faktisch nie so richtig aus dem Spiel raus. Vielleicht gelingt euch auch mal ein Lucky Punch. Und vielleicht gelingt euch ja auch mal ein Missionssieg. Aber an der Stelle muss ich doch sagen, dass es da am Ende aus meiner Erfahrung ein kleines Problem gibt. Denn die Piloten meines Gegners sind, wenn ich regelmäßig verliere, ja irgendwann erfahren. Und während meine Piloten und meine Flugzeuge abgeschossen werden und die grünen Piloten nicht die Chance bekommen zum Aussteigen, das habe ich vorher nicht erwähnt, aber grüner Pilot gilt einfach als verschollen und als verloren, aber höherstufige Piloten, die steigen dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfolgreich aus, müssen also nicht ersetzt werden. Und werden sogar dadurch immer besser, dadurch, dass sie einfach teilnehmen. Und zeitgleich hauen ja die erfahrenen Piloten uns weg. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht jetzt, dass ich es schwer habe, dort ranzukommen. Also Frank in unserem Beispiel hat eine Staffel, die er sehr, sehr stark gelevelt hat, die mehrere Veteranen und auch einen Astpiloten hat. Und er schießt mich ja ab. Ich zerschieße ihm auch ab und zu mal ein Flugzeug. Er schießt mehr weg. Aber meine Piloten sind immer wieder weg. Und das ist ein großes Problem, wenn ich immer wieder bei grünen Piloten anfange. Ich habe, aber das ist auch sehr, sehr subjektiv, zusätzlich das Gefühl, vielleicht ist das aber auch einfach meine persönliche Art zu spielen, dass die Fraktion der Bayern, der der Sachsen etwas überlegen ist, weil die Bayern als Attribute mehr Firepower haben, also stärkere Waffen oder mehr Würfe und eine höhere Reichweite. Sie können zum Beispiel eben auf Reichweite 1, 2, 3 schießen. Und die Sachsen können das nicht. Die können nicht auf Reichweite 3 schießen, sondern nur auf 1 und 2 standardmäßig mit den normalen Flugzeugen. Dafür sind sie agiler und schneller. Also sie sind wirklich schneller. Sie können weiter fliegen und sie können auch tollere Manöver fliegen. Ich persönlich finde aber, dass Agilität und Geschwindigkeit nicht so stark ist wie Firepower und Reichweite. Es interessiert mich auf jeden Fall, wie ihr das wahrnehmt. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Ich habe so die Erfahrung gemacht, aber es kann auch falsch sein. Und ich hatte ja vorher mal erwähnt, dass man mit den Ruhmpunkten Ausrüstung kauft. Und diese Ausrüstung in Form von Waffen, externen Waffen, die ist ziemlich cool. Es gibt verschiedene Sachen wie Nebelwerfer, Schwarmraketen. Es gibt Ausrüstungsgegenstände fürs Luftschiff. Es gibt aber auch einige der Waffen, die ich gerade in Kombination mit erfahrenen Piloten, und da bin ich jetzt wieder bei dem Catch-Up, sehr, sehr stark finde. Und eine davon ist ein LMF. LMF ist eine, nicht eine Lenkwaffe, aber das ist so eine Waffe, die rausfliegt und dann wirklich einen geraden Weg folgt. Und diese Waffe fliegt aber, und dann hoffe ich, nehmt ihr das Problem jetzt auch als solches wahr, sie fliegt, bevor sich irgendein Flugzeug bewegt. Also zu Beginn einer Runde, sogar bevor sich die Luftschiffe bewegen. Und wenn ich es schaffe, mich mit einem Flugzeug so zu platzieren, dass ich meinen LMF, Schwertwahl heißt er in dem Spiel, so platziere, dass er das Flugzeug trifft, das andere einfach, der ja nicht mehr vorher agieren kann, weil sich diese LMF, diese Missile, diese Non-Guided, gerade ausfliegende Missile, dass die ihn sofort trifft, dann ist das schon ganz schön krass. Und das schafft nun mal ein überlegener Pilot. Und jetzt seht ihr nochmal das Problem mit den immer wieder wegsterbenden grünen Piloten. Ich komme mit meinen grünen Piloten und mit meinen neuen Flugzeugen und der rote oder gelbe, also Ass oder Veteran, platziert sich so, dass er so ein LMF abschieft und der trifft. Und der trifft sogar richtig gut, denn der muss einfach nur würfeln. Und wenn er keine Eins würfelt, trifft er in der ersten Runde, in der zweiten ist es eine Zwei, eine Drei. Aber er schießt ja sowieso nicht auf weite Distanz. Also das Ding trifft oder es trifft halt nicht. Also da sehe ich slightly, wirklich slightly ein paar Balancing-Probleme, die zu Unmut führen können. Ich fasse das jetzt nicht mehr zusammen. Ihr könnt euch das ja nochmal anhören, wenn ihr das nochmal in den Kopf gerufen haben wollt. Ich habe aber auch eine Lösung dafür. Und zwar würde ich im Rahmen einer Kampagne Meilensteine einfügen. Ich habe das Ganze übrigens auch schon rückgemeldet. Und Markus und Bernhard sagen, da gibt es ja Missionen für Asse. Habe ich mir durchgelesen. Es gibt drei Missionen, wo du einen Ass brauchst. Das Ass fliegt dann, darf einen Wingman mitnehmen. Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also ich sage das jetzt mal, wie ich mir das gedacht habe. Ohne meine Kampagne zu gewinnen, ich will ja nicht endlos spielen, braucht man ein großes Finale. Aber um das Finale freizuschalten, muss man drei Meilensteine haben. Das ist jetzt mein Verbesserungsvorschlag. Und diese Meilenstein-Mission kostet zehn Ruhmpunkte. Dann holt er den schon mal zurück. Er verliert Ruhmpunkte dadurch, dass er eine von drei Meilenstein-Missionen freischaltet. Und diese Meilenstein-Mission ist aber für den Freischaltenden so schwer konzipiert, dass zum Beispiel der andere Spieler, der ins Hintertreffen geraten wird, drei, vier neutrale Flugzeuge zusätzlich einfach als Bonusgeschwader bekommt. Die nicht zu ihm gehören, die auch nach der Kampagne oder nach dem Szenario weg sind, aber die ich zusätzlich steuern kann. Wo es mir dann auch nicht weh tut, wenn die kaputt sind. Aber ich habe eben mehr Flugzeuge, die ich in die Luft führe, um ihm Einhalt zu gebieten. Das heißt, er wird durch das Freischalten und Spielen einer Meilenstein-Mission automatisch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen. Und wenn er es schafft, die dritte Meilenstein-Aktion zu machen, er wird dadurch gigantisch viele Ruhmpunkte, Flugzeuge und Piloten verlieren, dann hat er die Möglichkeit, ein großes Finale zu spielen, was dann auch nochmal irgendwie was kostet. Also das wäre für mich ein Catch-Up-Mechanismus auf einer strategischen Ebene, zusätzlich zu dem mit der überlegenen, unterlegenen Staffel, meine persönliche Wahrnehmung. Nochmal, also das ist nichts, was man verallgemeinern kann. Das ist aber meine Erfahrung, die dann am Ende auch dazu führt, dass der überlegende Spieler nicht so frustriert, dann irgendwie die Spielmaterialien einpackt. Ich will dazu in nächster Zeit, das hat jetzt nichts mit Dogfighters zu tun, mal ein ausführliches Video machen. Nämlich, wann macht Verlieren Spaß? Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne. Ich bin jemand, der regelmäßig verliert. Liegt auch daran, dass ich viele Spiele mache. Aber ich habe überhaupt kein Problem zu verlieren. Ich kann das auch genießen. Aber dann nur, wenn ich immer das Gefühl hatte, ja, ich war im Spiel beteiligt. Ja, ich hätte theoretisch auch gewinnen können. Wenn ich aber wirklich mich fühle, als wäre ich auf die Schlachtbank geführt worden. Und in unserer Kampagne war das jetzt in den zwei letzten Missionen. Frank würde jetzt sagen, hey, du hast doch dein Luftschiff retten können. Ja, aber es wurde zu elf Zwölftel abgeschossen und hat mit Glück überlebt. Und das hilft mir dann auch nicht weiter bei meinem Gefühl. Dann habe ich damit ein Problem. Also, to sum it up. Ja, es gibt kleinere Catch-Up-Probleme. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass Dogfighters ist jetzt in der 1.0-Version draußen. Die arbeiten natürlich daran, Bernhard und Markus. Und vielleicht nehmen sie ja auch Rückmeldungen von uns Spielern an und integrieren das. Ich würde sogar hier an der Stelle jetzt mein Angebot, so eine Meilensteinkampagne schreiben. Ja, also ich kann das ja schreiben. Und ihr könnt es dann in eure Kampagne aufnehmen, könnt es dann euren Kunden und Bäckern anbieten. Also einen lieben Gruß von mir an der Stelle. So, ihr Lieben, ich muss dann mal hier reinbrausen und dazwischengrätschen, also mir selbst. Denn ich habe natürlich genau das, was ich eben hier gesagt habe, den beiden Designern weitergeleitet. Und ja, da ist der Draht zum Glück sehr, sehr kurz. Ich habe bereits eine Rückmeldung bekommen. Und zwar sind sie da total offen, was ich mega gut finde. Also einen richtig großen Daumen nach oben. Also was gibt es denn Besseres, wenn wir als Spieler Rückmeldungen geben und die Designer da draußen darauf reagieren. Und ja, also sie haben diese Kritik, die ich ja bewusst auch sehr subjektiv formuliert habe, weil ich gar nicht weiß, ob ihr anderen das auch so wahrnehmt. Die habe ich weitergegeben, dass ich da teilweise Probleme mit dem Catch-Up sehe und eben diesen Vorschlag mit der Meilensteinkampagne haben. Und die Rückmeldung war, ja, schreibt doch mal sowas. Und wenn es passt und wenn es uns gefällt, dann denken wir darüber nach, die in irgendeiner Form vielleicht dann auch anzubieten. Vielleicht während der nächsten Kampagne oder irgendwie, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber jetzt werde ich mich an die Arbeit machen und genau sowas mal machen, um einfach das Spiel und das Spielerlebnis für uns alle zu verbessern. Also das war mein kurzer Einwurf und ich brauche es wieder raus. Aber wie gesagt, im Moment nehme ich diese Catch-Up-Probleme wahr auf einer persönlichen Ebene, habe aber trotzdem extrem viel Spaß an dem Spiel. Also das Spiel ist so motivierend durch die eben vorgestellten und angesprochenen Aspekte, dass ich das immer weiterspielen will. Selbst mit meiner zerschroteten Staffel, ich habe irgendwie den Ehrgeiz, da wieder ranzukommen. Und wenn irgendjemand von euch mehr Probleme damit hat, könnt ihr ja auch einfach mal eine neue Staffel beginnen oder ihr könnt mal mit jemand anderem spielen. Auch das lässt das System ja zu und bekommt dadurch Punkte und kommt wieder ran. Wow, das war jetzt ein langes Fazit. Ich hoffe, ihr könnt das alle richtig einordnen. Also ein großartiges Luftkampfspiel. Im Moment absolut mein Lieblingsspiel, was mich so heftig bei der Stange hält. Mit, aber das darf man auch nicht verschweigen, einigen Catch-Up-Problemen. Und ich bin jetzt gespannt auf alles, was ihr mir in den Kommentaren dazu hinterlasst. Stellt auch gerne jegliche Fragen, eine Menge Fragen zum Spiel können wir mit Sicherheit oder kann ich mit Sicherheit beantworten. Gerne auch, wenn es euch geholfen oder gefallen hat, schreibt mir das rein. Der Algorithmus freut sich. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und läutet das Glöckchen. Es gibt nämlich noch eine ganze Menge mehr zu Dogfighters, The Hell Wars und anderen Spielen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Marcel, euer harter Spieler.